Moin zusammen, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum grünen Salon und anders als bei den anderen Folgen sind wir nicht in meinem Wohnzimmer, sondern on tour und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist hinter mir viel Sand und auch ein Netz. Das heißt, ich bin in einer Sporthalle, einer Beachvolleyball-Sporthalle und freue mich riesig und bin auch ein bisschen aufgeregt über meinen heutigen Gast. Wir blenden einmal hier rüber oder Laura winkt einfach mal. Laura Ludwig ist heute hier. Ihr kennt sie alle, Profi-Volleyballerin, mehrfache Europameisterin, Waldmeisterin und wie wir alle wissen und kennen und auch vom Fernseher saß eine Olympiasiegerin. Mir läuft jetzt noch kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Geschrien habe ich vom Fernseher, als ihr im Finale standet und auch Mutter eines kleinen Sohnes. Und wir sprechen gleich über den Sport und Volleyball und dein Leben, vor allem wie es auch funktioniert. Diesen sehr anspruchsvollen Job, deinen Beruf mit einem Sohn, mit einem Kind in Verbindung zu bringen. Und einen kleinen Icebreaker haben wir aber, den kennt ihr auch schon, das Spiel legendäre Frauen, um mal ein bisschen reinzukommen. Ja, ja, ich auch immer. Mir läuft auch schon der Schweiß, aber ich glaube, das liegt hier auch ein bisschen an Temperaturen in der Halle. Aber zieh doch mal eine Karte. Ich fang mal an, ja. Machen wir die hier. Ja, erkennst du die Frau? Oder ich ziehe auch schon mal eine. Hier sehe ich gar keine. Ja, müsst ihr einmal in die Dings halten. Ja, zeig mal. Ja, genau. Du kennst sie? Es hat mit Sicherheit irgendwas mit Medizin zu tun, oder? Vielleicht erste Professorin für Medizin, oder? Ja, kommt in die Richtung. Nee, komm, dann lies mal vor. Also, was gründete Alice Salomon 1925? Oh Gott. Ich weiß, dass es am UKE da auch einen Hörsaal, glaube ich, gibt Alice Salomon und auch einen Preis verliehen wird. Aber ich weiß es gerade schon, aber lies mal vor. Also, die A-Antwort wäre die Deutsche Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit. Ja. B. Die Deutsche Akademie für Näh- und Stopfarbeiten. C. Die internationale Bildungsstätte für Krankenschwestern und Hebammen. D. Die internationale Bildungsstätte für unverheiratete Mädchen. Also, ich schließe jetzt mal B und D aus, weil wir ja vorne hier auf dem, auf der Karte auch sehr viel sehen, was mit Medizin zu tun hat. Was war A nochmal? A hatten wir die Deutsche Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit. Ja, das ist es, glaube ich. Boah, das ist aber stark von dir, du. Ja? Ja. Also, ich wäre auch, wie du am Anfang, fast auf Krankenschwester und Hebamme gegangen. Ja, aber ich habe das immer, ich habe immer so, so gefährliches Halbwissen irgendwo im Hinterkopf und da schlummerte das bei Alice Salomon. So, jetzt guck mal, hier, hier ist ein Zug vorne drauf und ein, ein Frauengesicht. Und die Frage dazu ist, wer gilt als die Queen of Crime, die Königin des Krimis? Agatha Christie, Patricia Highsmith, Mechthild Bormann oder Patricia Melo? Oh mein Gott. Also, ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, mir sagt keiner was. Kein großer Krimi-Fan. Wirklich nicht. Aber ich gehe mal, weil ich schon grün gesehen habe. Du hast schon geguckt, du hast schon geguckt. Darüber sprechen wir auch gleich. Wie doll muss man schummeln im Profisport? Damit ich gewinne? Um zu gewinnen. Ja, es ist richtig, es ist Agatha Christie. Ja, super. Okay, eins, eins. Bravo, 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 eins, eins. Du willst auch immer gewinnen, oder? Muss man ja. Aber das gilt mir auch so. Ja, ist ja gut, ist ja in unseren Berufen wahrscheinlich auch wichtig. Ich habe ja früher auch relativ viel Sport gemacht, geschwommen und Handball gespielt. Ah, beides gleichzeitig. Ja, also nicht zeitlich gleichzeitig, aber schon in der, in meiner Jugend war das, war das parallel. Genau. Und das ist bis heute so, dass ich nicht verlieren mag. Ja, glaube ich. Ich mag nicht verlieren, das ist schon nervig. Und wenn ich irgendwo eine Tischtennisplatte sehe, dann nehme ich einen Schläger. Dann forderst du direkt raus. Ja, wirklich. Nicht so rumgedaddelt, sondern gleich mit Punkten. Gleich mit Punkten. Und auch einmal mit Männern dann. Ja. Hast du denn außer deinem Beruf und deiner Familie und deinem kleinen Sohn? Hast du da noch andere Hobbys? Hast du Zeit dafür im Moment eigentlich? Schwierig, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein großer Freund von Lesen oder so, aber es ist jetzt so tatsächlich, wenn ich mal alleine unterwegs bin, dass ich die Ruhe zum Lesen mal ganz schön finde. Ja. Und mal auch mein Handy auszuschalten und so. Aber was eigentlich so meine Hobbys, das kann man auch nicht so nennen, aber einfach nur diese Zeit mit Familie und Freunde finden. Ja. Das ist eigentlich so das, was ich am meisten mag. Und jetzt auch noch versuche, ja, immer wieder mit einzubauen, damit ich dann auch mal für mich ein bisschen die Zeit habe. Super. Klappt denn das gut bei dir, wenn ich so direkt fragen darf? Vereinbarkeit mit Beruf und Familie? Weil das ehrlicherweise eine Frage ist, die mir ständig gestellt wird und die Männern in der Regel nie gestellt wird. Und weil du ja auch eine öffentliche Person bist und damit, wie ich finde, auch ganz souverän und charmant umgegangen bist mit dieser Thematik ist jetzt die Frage, ist das wirklich so, wie es aussieht, dass man das gut hinkriegt in deinem Beruf oder stößt du auch manchmal an die Grenze? Auf jeden Fall. Also die Grenze ist auch ganz tief manchmal gelegt und ich springe da ganz schnell rüber. Es ist so, dass der Anfang schon echt schwer war. Also ich musste mich da auch reinfinden in Bias. Also es war auch schwierig, von meinem Kleinen auch erst mal loszugehen, wie wahrscheinlich für jede Mama. Das klingt so wahrscheinlich auch. Wie lange warst du zu Hause? Also ich war so drei Monate zu Hause und dann habe ich versucht, das immer peu à peu jeden Tag zu steigern. Immer mal eine Stunde weg für den nächsten Monat oder auch mal ein bisschen länger und dann immer mehr. Und dann ab dem fünften Monat bin ich so wieder in den Trainingsplan, in einen ganz normalen Trainingsplan eingestiegen, wo ich dann wirklich ein- bis zweimal eine Trainings-Einheit jeden Tag hatte. Und am Anfang war natürlich viel mit Schuldgefühlen. Schlechtes Gewissen, ja. Absolut. Wo ich auch viel mit meiner Psychologin reden musste, auch vorher, auch noch in der Schwangerschaft, wo dann auch ein bisschen mehr in die Planung reingegangen sind, dass ich nicht mehr so ein schlechtes Gewissen hatte. Also da hat mir meine Psychologin sehr viel geholfen, dass ich ein bisschen offener und entspannter mit dem Thema umgehen kann. Also ich hatte schon echt Probleme am Anfang. Wer hat aufgepasst auf deinen Sohn? Also Theo, ne? Genau, Theo heißt er. Und anfänglich war, es ging es noch so, dass wir das teilen konnten, ich und mein Mann und meine Oma auch, äh, meine Oma, meine Mama, also die Oma, die Frau in dem... Das ist bei uns auch immer so. Jetzt wurden nur noch Oma und Opa genannt. Die mögen das aber auch tatsächlich, ne? Die Großeltern, die lieben das ja jetzt, Oma und Opa zu sein. Aber ich sage zu den Kindern jetzt, jetzt kommt bald Mama. Nee, das bin ja ich. Oma kommt gleich. Ja, genau. Ich bin da direkt mit Oma und Opa rein. Und dann später war es aber so, dass wir jetzt zwei Nannys haben. Die sind Mamis, aber auch von Freundinnen. Ja. Die sind beide Ränderinnen und haben sich der Aufgabe angenommen, auf Theo auch aufzupassen. Und die wechseln sich dann halt von den Tagen auch ab. Die wohnen aber nicht bei euch, die kommen dann rein. Genau, die kommen dann. Und es ist manchmal so, dass sie den ganzen Tag sogar da sind, wenn wir zwei Einheiten haben. Ich bin dann auch mittags immer mal zu Hause. Aber da brauche ich halt auch, also ich spiele dann auch gerne mit Theo. Aber es ist so, dass ich auch meine Ruhe zum Essen und Schlafen brauche. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir nur eine Einheit haben und dann ist sie ab 13, 14 Uhr ist sie dann weg und dann bin ich zu Hause. Wie schwer war es wieder hier auf den Platz zu kommen, sich zu motivieren, auch daran anzuknüpfen? Ich meine, du bist sozusagen auf dem Olymp. Ja, du bist auf dem Olymp in Mutterschutz gegangen und dann in eine kurze Phase Elternzeit. Also die Motivation war eigentlich da. Also auch ganz groß. Und ich hatte auch Bock wieder in den Sand zu gehen, mich sportlich zu betätigen. Es war auch relativ schnell da, dass es mich aber schnell frustriert gemacht hat, weil es nicht alles gleich so funktioniert hat, wie ich wollte und auch nicht. Ich meine, die anfänglichen Nächte sind natürlich auch nicht die, die man sich so gewünscht hätte. Also das haut natürlich auch rein. Später auch nochmal. Ich kann ein Lied davon singen. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und also bei mir war es auch wieder mit, ich habe sowieso in meinen ganzen Lebenslagen immer mit Geduld zu tun. Ich musste mit Geduld immer wieder neu erarbeiten irgendwie. Und da war es auch wieder, dass viel mit Geduld und Gelassenheit zu tun hat. Und da musste ich erstmal wieder reinkommen. Aber die Motivation war da. Ich habe natürlich immer mal den einen oder anderen Tag gehabt, wo ich gedacht habe, es war auch mal schön, einfach nur zu Hause zu bleiben, einfach nur 24 Stunden für mein Theo da zu sein. Dann hatte ich vielleicht einen Tag wieder 24 Stunden mit Theo und dann dachte ich, okay, ich kann wieder in die Halle. Ich möchte bitte wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich und nicht nur auf Theo. Das ist lustig. Bei uns ist das manchmal so, dass wir große Sehnsucht haben von Montag bis Freitag, weil wir unsere Zwillinge auch recht früh in die Kita gebracht haben. Mit wie vielen Monaten? Vier, viereinhalb Monate waren die schon in der Kita am Findenster aber super. Denen macht es richtig Spaß, ist auch eine tolle Kita. Die machen das wahrscheinlich auch noch einfacher, oder? Super Erzieherin und es gab eine Gruppe, wo andere Kinder auch in dem Alter waren. Also die sind nicht als Babys dann zu den großen Kindern gekommen, sondern jetzt gemeinsam gewachsen und haben angefangen, sich die Welt zu erschließen. Und dann waren wir am Wochenende schon teilweise um 11 Uhr Vormittag so, dass wir geguckt haben, wann ist eigentlich wieder Montag Vormittag? Und wir haben uns so gefreut auf die Zeit und haben dann aber festgestellt, das nimmt einen auch wirklich voll in Anspruch und dann immer noch im Stereo. Aber ich muss aber dazu sagen, also Zwillinge oder Drillinge, das ist schon, also ich bin mit einem schon manchmal fast überfordert. Ich weiß wirklich nicht, wie das mit Zwillingen gehen soll. Hast du Kontakt zu Kira? Mega natürlich. Kira Walkenhorst, die Partnerin von Laura Ludwig, mit der sie zusammen auch die großen Erfolge gefeiert hat, die ja Mama von Drillingen. Genau. Jetzt auch seit einem Jahr ungefähr, ist gut an einem Jahr und ein paar Monate, wie meine. Genau, genau, genau. Und tauscht ihr euch da aus? Ja, also sie ist auch eine Typ, die die Nächte braucht und auch gut schlafen muss, damit sie wirklich gut drauf ist. Und sie muss sich auch dran gewöhnen. Also ich sage, bei einem kann man immer mal abgeben und der andere geht auf die Couch, geht schlafen oder so, damit man sich erholt. Aber bei dreien ist es ja so, dass du wirklich immer ran musst und da zerrt sich schon ganz schön. Aber sie machen das echt gut. Also Respekt, die Frau ist zu Hause, Maria. Und die machen das, also was ich immer höre, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Wow. Also ich würde entfliehen wahrscheinlich. Aber nochmal vielleicht zu dem großen Thema, Vereinbarkeit Beruf und Familie. Wie erlebst du das insgesamt auch in deinem Umfeld, nicht nur selbst als Mama und Hochleistungssportlerin oder Profisportlerin, sondern auch in deinem Umfeld? Was glaubst du, müssten wir noch tun? An welchen Stellschrauben muss noch gedreht werden, dass es ja noch viel selbstverständlicher wird? Also das schlechte Gewissen wird man nicht ausschalten können. Aber dass es doch gesellschaftlich akzeptierter, anerkannter ist, dass man eben nicht mehr ständig diese Fragen auch gestellt bekommt, wie es bei mir in der Schwangerschaft und danach gewesen ist, ich das teilweise jetzt im Wahlkampf spüre, ja, sie machen ja einen ganz guten Job, aber der Anspruch, erste Bürgermeisterin zu sein mit zwei kleinen Kindern, das können wir uns aber ganz schwer vorstellen. Wir müssen doch eigentlich dahin kommen, dass es gerade im Jahr 2020 selbstverständlich ist, dass Frauen wie Männer, egal an welchem Platz, an welchem Ort, in welcher Position, ganz selbstverständlich beides leben können. Und dass sich dann auch die Ämter den Menschen annähern und nicht umgekehrt, dass man sich immer so festen Strukturen anpassen muss. Ja, feste Struktur ist wahrscheinlich auch das Stichwort. In unserer Gesellschaft ist es glaube ich so, ich finde Perfektionismus zum Beispiel auch ganz gut, ich bin auch ein Perfektionist in meinem Beruf, aber so eine gewisse Flexibilität oder Leichtigkeit fehlt in unserer Gesellschaft absolut so. Und ich merke sogar in meinem Beruf brauche ich Leichtigkeit und das brauchen wir glaube ich auch in unserem gemeinsamen Miteinander, ob es nun im Privaten oder im Beruf oder auch mit Ämtern oder mit Formularen und weiß nicht was alles. Also ich habe auch immer das Gefühl, wir kriegen schon ein gutes Gefühl, dass man auch als Mama reinkommen kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich im Umfeld andauernd die Frage kriege, wie schaffst du denn das? Das geht doch überhaupt gar nicht und du vernachleichtest deinen Sohn. Also das muss ich ehrlich sagen gar nicht. Gar nicht. Das ist doch super. Und dann ist es sehr positiv und entspannt. Aber was so ein bisschen, ich sträube mich immer so ein bisschen davor an Ämter, aber vielleicht liegt das auch an mir, an meiner Person, aber an Ämter zu gehen oder immer nachzufragen, weil es immer mit sehr viel Bürokratie und fester Struktur zu tun hat. Fester Struktur, ja. Abendtermin, Wochenende. Genau, sowas alles. Und da ist bei mir immer so, dass ich lieber alles alleine zu meinem Zeitfenster mache und für mich einfach erledige und durchziehe, egal was es kostet und nicht unbedingt angewiesen sein möchte auf was anderes. Verstehe ich, wobei du natürlich eine starke Stimme auch wärst in solchen Strukturen und auch ein entsprechendes Vorbild. Also da muss ich mich wahrscheinlich auch mit reinfinden. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht die Zeit oder Energie, mich da so richtig reinzufinden und ich muss mich da auf jeden Fall noch stärker mit einbringen. Aber mir fehlt die Energie, weil das einfach immer so viel, ich kann mir vorstellen, dass es da noch viel Gegenwind so gibt. Ja, wobei deine Energie ja jetzt wieder voll auf den Sand fokussiert wird. Du hast ein Ziel, ihr habt ein Ziel vor Augen, jetzt Tokio 2020, Olympische Spiele im Juli, August sind die? Ja, Anfang, Ende Juli fing es an, genau. Wie bereitet ihr euch darauf jetzt vor? Jetzt haben wir Februar schon, das ist ja gar nicht mehr so lang hin. Das klingt noch so weit, aber das ist ja schon in ein paar Monaten. Wie geht ihr da ran? Und entscheidend ist doch auch immer neben der körperlichen Konstitution, dass die Psyche auch voll dabei ist. Absolut. Also es ist ja noch so auch, dass wir nicht zu 100 Prozent qualifiziert sind. Ja. Wir müssen noch das ein oder andere Turnier auf jeden Fall sehr gut spielen. Also es werden wahrscheinlich noch sechs bis acht Turniere sein. Ja. Zwei, drei sehr gute Ergebnisse müssen wir noch machen. Also das heißt wirklich unter die Top fünf, damit wir sicherer dabei sind. Und Ende Juni ist dann Cut, da zählt es dann. Da müssen wir unter den ersten 17er Weltrangliste sein. Sonst ist der Traum vorbei und es war nur eine schöne Reise dann. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Monate der Vorbereitung, wo wir auch viel ins Ausland gehen, viel Technik und Athletik trainiert haben. Jetzt im Februar, März kommen wir langsam mehr und mehr ins spielerische Training, ins Competition-Training. Und ab Ende März spielen wir dann auch schon wieder das erste Turnier in Mexiko. Okay. Also es geht alles, also wir haben am Anfang, als wir die Planung gemacht haben, das war im Oktober, im September hatten wir die Planung gemacht, im Oktober hatten wir Urlaub und im November sind wir wieder eingestiegen. Und dann haben wir uns so gedacht, boah, im November bis März, das sind aber viele Monate und so, das ist ja ganz schön lange. Und jetzt ist schon wieder alles vorbei und man hat immer, man hat das Gefühl, man hat immer noch nicht alles geschafft, es ist noch nicht alles perfekt und so, wo man sich wieder in Geduld üben muss. Aber im Großen und Ganzen sind wir echt auf dem richtigen Weg und guter Dinge, dass wir da in Tokio hoffentlich starten werden. Also ich höre heraus, Optimismus ist ganz, ganz wichtig. Auf dem Weg dorthin eben nicht nur Siege, sondern auch Niederlagen. Hast du irgendein Rezept, wie du mit Niederlagen umgehst? Gerade, weil ihr ja eine ganz enge Taktung dann auch an Turnieren habt und da muss man sich wahrscheinlich auch schnell wieder berappeln. Ja, also es ist immer schwierig, aber Niederlagen, aus denen, auch wenn es sich blöd anhört, aber auch jeder sagt es, aus denen kann man nur lernen und es ist tatsächlich so. Also wenn man wirklich reflektiert, sich die Zeit nimmt und mutig ist, darüber nachzudenken. Es ist ja nicht jeder mutig über seine Fehler oder das, was man falsch gemacht hat, das zu analysieren, weil es halt auch wehtun kann. Das geht halt auch aus der Komfortzone raus und das ist aber wichtig, das wirklich zu reflektieren, einen schnellen Cut zu machen und dann wieder sein Ziel vor Augen zu haben und da wir erneut mit Geduld, mein wichtigstes Wort in meinem ganzen Leben, wahrscheinlich auch für viele andere, mit Geduld ranzugehen. Ja, ich habe auch ein großes Problem, also eher ungeduldig zu sein. Genau, genau. Da geht es gar nicht so sehr um Sieg oder Niederlage, aber die Strukturen müssen ja auch stimmen. Hast du das Gefühl, dass die gut passen hier bei euch oder wo sagst du, da kann und muss noch mehr getan werden? Das ist vielleicht auch eine Adresse an die Politik zu sagen, da muss Leistungssport, aber da müssen auch Nachwuchssportlerinnen und Sportler noch stärker gefördert werden oder hast du das Gefühl, das ist hier nicht nur in guten Händen, sondern wird auch gut begleitet? Also hier in Hamburg, muss ich sagen, ist Sport sehr, hat einen sehr großen Wert. Also das merkt man, auch Beachvolleyball ist auch in den letzten Jahren hier sehr gestiegen, also das merkt man, dass man dahinter steht. Auch durch eure Erfolge natürlich. Ja, hoffentlich. Also schön, dass wir auf jeden Fall auch dann gesehen wurden oder die Sportart gesehen wurde und gesehen wurde, dass daraus auch was entstehen kann. Also gerade mit dem Turnier am Roten Baum ist es einfach gigantisch, wie viele Leute dahinter stehen und Bock drauf haben. Man ist ja gar nicht mehr reingekommen. Ja, ja, das ist krass. Ja, schön, schön. Man ist ja echt nicht mehr reingekommen und ihr seid sicherlich. Wirst du nicht reingekommen? Ne, wir sind nicht reingekommen. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe am Fernseher geguckt. Genau, genau, ich habe dann am Fernseher geguckt, aber schon echt, echt spektakulär. Ja, schön, dass es ins Fernsehen auch gekommen ist. Ja. Es ist ja halt noch schwierig, muss ich sagen, da wirklich neben Fußball Platz zu finden. Aber ihr seid für viele jetzt natürlich auch Vorbilder, ne? Das ist so. Und wer hätte vor einigen Jahren daran gedacht, dass in Hamburg der Olympiastützpunkt für Beachvolleyball ist, oder? Das ist ja nicht unbedingt die erste Assoziation, was jetzt hier entwickelt wurde, hier aufgebaut wurde. Das ist großartig. Hast du denn ein Vorbild? In Sport oder außerhalb des Sports? Ich habe immer wieder drüber nachgedacht, aber ich hatte tatsächlich nie so richtig ein Vorbild. Eigentlich waren es wahrscheinlich meine Eltern, also auf die bin ich krass stolz und sie haben eher... Cool, das antworte ich auch immer. Habe ich gerade wieder bei zwei Fragebögen eingetragen, genau. Ich habe immer überlegt, ob das falsch war oder was mit mir falsch war, dass ich kein Vorbild hatte und im Sport... Klar habe ich mir Sportler immer mal angeguckt, aber ich war irgendwie nie so, dass ich besessen war von dem einen einzigen Sportler. Im Nachhinein weiß ich, dass ich also Federer mir öfter und mehrmals angeguckt habe, weil der schon echt an Perfektion dran ist und mit seiner ruhigen Art, die ich einfach brauche, die Ruhe, die mir manchmal fehlt, weil ich eine sehr hektische und panische Person bin, die immer mal so ein bisschen Ruhepul braucht. Und ja, und da... Der Federer gefällt mir einfach so mit seiner Schweizer Art und... Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, waren es immer meine Eltern, die immer für uns da waren, immer das gemacht haben, was sie liebten, haben ihre eigene kleine Firma aufgebaut, schon seit Jahren und sind trotzdem für uns immer da. Also haben auch mit Job und Familie alles unter einen Hut gebracht und ich glaube, das sind einfach meine Vorbilder für das Leben. Super, das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Unsere Zeit ist auch schon fast durch. Hast du noch irgendeine Frage, irgendetwas, was du wissen willst oder irgendeine Botschaft, die du noch loswerden möchtest? Ja, schwierig. Ich fand das Gespräch eigentlich schon sehr gut und entspannt. Ich würde auch sagen, es ist eigentlich kaum was offen geblieben. Alle Themen waren da. Es ist schön, dass wir uns hier bei mir im Wohnzimmer treffen konnten, dass überhaupt die Zeit gefunden wurde, weil einfach Mutter-Dasein und Job ist einfach so, dass es immer mal ein bisschen schwierig ist, alles unter einen Hut zu bringen. Aber der Wille ist da, finde ich cool. Wir waren gerne hier zu Gast. Ich fand es toll. Ich habe so ein bisschen was von dem Sport-Schweiß-Blutschweiß-Tränen-Spirit hier gespürt und fand es großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt in der Vorbereitung auf die wichtige Qualifikation, die ansteht. Und ich wünsche dir, deiner Partnerin alles, alles Gute und hoffe, dass wir euch dann anfeuern dürfen bei Olympia in Tokio. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr könnt natürlich YouTube abonnieren, den Kanal abonnieren und ich würde mich natürlich auch freuen über Kommentare und Likes und auch Empfehlungen für diejenigen, die vielleicht Lust haben, vor allem Laura Ludwig jetzt zu hören und wie sie sich zum einen vorbereitet auf die Olympischen Spiele und zweitens, wie sie umgeht mit Mutterrolle auf der einen und Profisportlerin auf der anderen Seite. Also vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.